Es gibt eine mysteriöse Welt. Dort steht vieles in der Luft. Merkwürdige Gestalten fliegen und laufen durch die Gegend. Für Normalität sorgen nur die Nachrichten. Hallo und willkommen zu den Insel News am Mittag. Unsere Themen sind heute eine Frau, die versucht zu fliegen und wie tief ist ein Brunnen tatsächlich. Und jetzt live zu unseren Außenreporter, um zu klären, ob Frauen wirklich fliegen können. Hallo, ich melde mich live von der Plattform, wo Heidi nun den Beweis liefern wird. Und los Heidi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017